BAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPEM Jetzt gehts ab Mal hooo und nur angekündigt und ich heuch erst einmal einen schönen zweitem Weihnachtsfeiertag und wir fliegen da auf den Hvan volumes zu ich weiß was da noch nie war Einfach mit sehmä wie dies da aussicht wenn Becca irgendwas seig da ist ganz schön nebellägg so zähm mich nicht her Die Brühe da Ich muss langsam fliegen weil ich nicht weiss wo ich lande kann hab ich nu zum Ferguson Das ist auch die Dornauer, was da auch schonend möchte ich auch nicht in dem Unterholz da unten landen, sondern so irgendwo, wo ich nicht gleich gefressen würde, oder wo jetzt mal wieder weggekommen würde. Also ich bin immer noch am selben Aufnahmetag am 23. Deswegen habe ich vielleicht noch nicht auf wenige Kommentare gehen können, aber ihr schreibt es natürlich fleißig, das weiß ich auch. Da muss man jetzt dabei sein Obelisk noch. Interessant. Aber was wir da machen, was weiß ich jetzt auch nicht. Das werde ich bestimmt noch erfahren im Laufe des Spiels. Aber wie gesagt sehr sehr nebelitsch. Map. Wir sind jetzt hier, dann fliegen wir da einfach mal um in Richtung Ups. Mal die Welt erkunden da schon langsam. Ups. Ups ist in die Richtung, wo ich schaue. So. Wir erkunden weiter die Welt, wie sie uns gefällt. Aha. Was ist das? Nein, das gehört ja zum Obelischten. Zum Obelischten. Also die Leuchtstrahlen von den Drops sind echt verdammt schlechter in der Newebrüder. Wie ich schon mal so. Ich werde mir gerade wünschen, dass es noch ist. Was bist denn du? Die Sinosaurus. Saurier. Aha. Wandon. Ego. Und dann geht es schon wieder auf mit Schnitzel. Da treffen wir schon wieder die Bezeratops her an. Oh, das schaut ja nach Bauplatz aus da. Was ist das? Eine Brühe da. Da ist auch eine zweite da. So ist es richtiger. Eine Brühe ist das da. Ah, da ist ein Biertier. Ist das so eins? Da unten gebe ich wieder Apfelschnitzel. Ja genau. Biertiere. Reibliche Wirbelsäule. Äh? Was zur Hölle ist eine weibliche Wirbelsäule? Was ist denn das für ein Name für einen Saurier? Das ist ein Riesigная weibliche Wacken. Ist das eine weibliche Wacken? Das Interessante ist, dass da nirgends wo ein Tropfen umeinander liegt. Das ist sehr interessant. Hier haben wir irgendwo dazwischenlanden. Da gibt es ganz viele von unseren Kollegen. Da können wir irgendwo landen, ohne dass man stirbt. So, auf den Vorsprung vielleicht. Man schaut so, dass er sich sicher ist. Das ist bestimmt der Level aufsteigen, oder? Ja. Ein bisschen ausdauer und natürlich Gewicht. Ja, ja, ich weiß schon. Sehr schön, der ist ja hübsch. Da passt das wie du. Das ist auch noch eine große Bahn. Alte Schwede. Ja, riesiger Baum. Das ist eine große Spannweite, oder? Und so. Das können wir jetzt aufnehmen. So. So, ha. Schön ist es nicht, aber selten. Ja. Schau mal über die Wolken. Also nicht über die Wolken, aber über die Bäume. Ich kriege ungern durch, wenn ich nicht weiß, was da drin wohnt. Ah. Oh, weg. Scheiße. Da sind wir jetzt. Aber wenn man die Karten irgendwie beschriften könnte, das wäre schon nicht schlecht. Und was wäre da oben, wenn ich zu Obst möchte. Das wäre da oben. Oh, da schaut's noch reinge aus. So, jetzt drüben wir schon. Jetzt wird die Folge rum. In der nächsten, glaube ich. Bauen wir. Ich weiß es auch nicht. Mal schauen wir da, weil sie da oben sind. Da auf dem Berg rum kann man bauen. Das wäre toll. Immer eine Aussicht. Da ist bestimmt der Vulkan, oder? Kann bestimmt nicht bauen. Die Frage ist immer, bin ich auf so einem Bergbau? Gebe ich da ohne unseren Bäder auf und runter? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder gibt es da wieder einen Weg rauf, irgendwie einen normalen? Da kann es jetzt vielleicht sogar sein. So, das schaut gut aus. Wer wohnt da? Bäh, ist echt gar nix. Was ist denn jetzt? Alosaurus. Aha. Der ist so federn. Schaut. Ah, ich muss mal überhaupt schauen, nicht dass doch ein grüner Trop. Grüne Trop. So unten. So, kämpfst du ja erst. Und schon wieder gut. Da geht was eh. Also wenn mir viel Gas gibt, geht die Ausdauer ja ziemlich zügig nach unten, alter Schwede. Da gibt es nicht weit mit viel Gas. Ah, da kommt ein Tropfen, wir haben noch Zeit. Lalalalalala. Ich glaube, da gibt es mal, ob wir. Das ist die oder was anderes ist für welche. Weibliche Silber, aber es war ordler wahrscheinlich, oder? Silber ordler, keine Ahnung. Woa, woa. Nein, da kommt ein Needle an. Ich komme jetzt wieder zu meinen Bädern. Wo kommt der Tropfen, aber? Fahren Sie ruhig halten, ich stirb gleich. Ei, 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 ei. Oh, konkurriere, weise Entscheidung. Die sollten wir unbedingt einmal Heilung mitnehmen. Das war echt nicht verkehrt. Er folgt uns zumindest. Wo ist es, dieser verkackte Drop? Wo ist es, dieser Drop? Wo ist es, dieser Drop? Oha. Man sieht ihn nicht. Dann sollst es ihn euch ein. Dann schauen wir jetzt mal in den Vulkan rein. Ich bin nicht da. Zweifel verrickter, weil ich da nicht absteigen kann. Nein, seht ihr? Der Drop da. Hätte ich da auch nicht aber in den Vulkan kommen, aber wahrscheinlich. Ich schaue über den Rand drüber und dann gibt es da riesen Spinnen drin, so wie bei Outriders im Vulkan lebt. So, wer parkt denn da oben? Da kann ich aber absteigen, oder? Ja, danke. Wer bist du denn? Gigantosaurus Level 3. Den kriege ich bestimmt 10 End. Sollen wir da obsidieren? Zeig mal. Metall obsidieren. Oh, schaut er doch über der gleiche aus in jedem Spiel. Oh nein, bitte. Bleib da. Hauen wir ja nicht ab. Gigantosaurus. Ambrus kann ich nicht ausrüsten. Nicht lieben. Gehen wir da so noch Raum fliegen. Ich weiß nicht. Okay, bisschen mal. das war. Aber ich war ganz klar. Schaue nicht. Ich habe ein Problem. Okay. Also, mein Erfolg finde ich hier gut. Hast du dir irgendwas besonderes herum, was du da bewachst? Metall, Oxidien. Höchster Gipfel. Ja, er hat voll gehört. Schauen wir mal. Das ist also der höchste Gipfel. Wir sind da. Der Gigantosaurus ist da oben gefallen. Was ist das da? Nein, ich mag es gar nicht wissen. Wo geht es jetzt zum Ups? Mal in die Richtung kommen. Ah, hier einfach da so. So oben. Genau. Gigantosaurus. Geil. Der ist ja von hier aus, der Gipfel wie der Gipfel. Oh Gott, ich kann mich ja täuschen. Gigantosaurus. Mhm. Haben wir den zähmen? Da ist wieder ein grüner Tropfen. Ich probier's wieder. Kommt der erst? Muss ich mich überhaupt schicken? Kommt der erst oder ist der schon da? Zu der Nebelbrühe. Oder ist der Wolke? Ist der Nebel oder Wolke? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die Null. Null Sicht. Null Sicht. Ich glaube ich steig. Bin mir aber nicht sicher. Ja, das ist auch stimmt. Ich bin aufgeschissen. Passt du recht. Nein, da ist eine Wolke. Okay. Das ist jetzt aber blöd. Wenn ich nicht sehe, wo ich landen soll. Jetzt drin ist da ein lila Trop, oder? Den würde ich gerne erwischen, aber das werden wir nicht schaffen. Da muss ich mich noch mal zwischenlanden. Ich kann nicht wissen, was in so einem lila Trop drin ist. Da müssen wir mal irgendwo landen. Ich suche dir mal einen Platzerl. Wollen wir vielleicht nicht gerade sterben. Schaut gut aus. So gut das Platzerl ausgesucht. Ja. Nein, das ist das komische Wolfsschweinerudel da. Das ist der lila Trop hier. Mein Gott, dass da ständig diese Trops verschwinden. Das geht so weit schnell. Seh ich ihn nicht mehr. Na, da ist er. Juhu. Na, pass auf die Energie auf. Mit können wir da nicht rein von irgendwo landen. Schaut's flisch aus. Bitte lass doch kein Ende sein. Oh, da ist ein Ordner. Nein, bleib da, bleib da. Ich bin doch schon hier. Nein. Jetzt ist er wieder weg. Es ist zum Vorlaufen. Brauchen wir trotzdem Energie. Warte mal. Jetzt ist dieser Trop wieder weg. Ich bin am Arsch der Heut. Ich bin auf der falschen Seite von dem Ding. Ich habe Angst, wenn ich absteig, dann ich gleich stirb. Irgendwas aus dem Busch springt und mich tötet. Wolf. Gold, denn da trop. Okay. Gelb oder gold. Der ist gewöscht auftaucht. Den kann man schaffen. Oder spawnt er wieder Saublätter auf dem Berg. Ah, der spawnt wieder Saublätter auf der Schräge, oder? Ah, jetzt wird er wieder nix. Das ist mit der vergebene Liebes und Mühe wahrscheinlich da, ich doch hier pflück. Es schaut eigentlich mit unserer Gesundheit aus und mit Essen. Nahrung brauchen wir. Uiuiui. Verbrauchen. Die sind jetzt ja bei diesem Grund für Eingau. Und da kommt man einen Geist. Ich hab Video gespielt. Ja da war kein Geist. Es wird nicht so lange gebrochen. Die ist so fliegt. Warum ist das denn so rot? später doch spiel wäre nicht landen kann uns ist kalt müssen kann man stehen wegen kälte leben passt noch jetzt gehen wir da da kommt nur ein blauer das problem ist das problem ist das wie leute das ablöpter obi rutsch weil ich da nicht stehen bleiben kann jetzt gehen jetzt müssen wir da hinten zu dem blau wo ich eigentlich in die andere richtung möchte nein wir fliegen jetzt da in richtung richtung ups da kannst du jetzt landen oder nicht wenn du landen kannst, musst du die auch landen genau oder nicht absteigen ja, bin ich da wegfallen ja, was ist drin goldener megalanisattel atemgerät munition azerussuppe die sich nämlich nicht verbessert die natürliche verfassung deines körpers nach dem essen senkt sich deine sauerstoffverbrauch also ist was zum tauchen deckenfluter die große aufzugplattform so, haben wir das auch haben wir ja so einen goldenen Trock gesehen so, jetzt möchte ich aber gehen wieder Richtung Süden es ist arschkalt da diese Richtung ok, ich fliege mal weiter die Richtung sag danke fürs Zuschauen danke fürs dabei sein und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge daheim sehen also, bis dann Servus